Hast du das Zeug zum Superstar? Den Look, den Style, die Coolness. Genug Hairspray? Die Corny Collins Miss Hairspray Show! Sieht ja nur diesen wilden Haufen an. Willst du eins der beliebtesten Kids der Stadt sein? Dann schwänze morgen die Schule und komm in unser Studio und tanze vor. Tracy Turnblatt will nur eines. In dieser Show zu tanzen ist mein Traum. Die größte Tanzsensation aller Zeiten werden. Ich bin Seaweed. Ich bin Tracy Turnblatt. Ihr einziges Problem. Ich habe immer davon geträumt, einen eigenen Waschsalon zu besitzen, aber der Traum ist geplatzt wie eine Seifenblase. Sie muss sich der Realität stellen. Du kannst gehen. Ich will berühmt werden. Dann kämpfe darum. Harry, Link. Und ich bin Tracy. Doch wo ein Wille ist, findet sich auch eine Tanzfläche. Tast damit. Dieses kleine dicke Mädchen lässt die Quote durch die Decke schießen. Wir haben neue Tracy-Souvenirs. Wir sind Fotos mit Autogramm. Tracy Perücken. 125 Doppel D? 3-fache E? Mrs. Turnblatt. Lassen Sie mich raten. Sie tragen ein neues Kleid. Das gibt ein Verkehrschaos. Du bist kurz davor gefeuert zu werden. Wie willst du Corny Collins aus der Corny Collins Show feuern? Mit Lessie machen sie das andauernd. Ich bin jetzt eine Schachbrett-Tussi. Penny! Nein! Ich bin ein böses Mädchen und muss bestraft werden. Hairspray. Hairspray. ��게요. Die Frage. Es richtet dich bei H哎. Ansonlich. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020